Danke, liebe Theresa, liebe Delegierte, liebe J. Ulla, ihr habt es gesehen, wir haben schon starke Impulse gehört von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Wir sind in einigen Punkten, wie beispielsweise, dass wir die jungen Generationen bei den Corona-Helfen stärker in den Blick nehmen müssen, an einer Seite, dass wir aber auch unterschiedliche Positionen haben, wie beispielsweise, dass wir eine notwendige Debatte führen müssen über die Zukunftsfestigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme. Und genau an dieser Stelle zeigt sich, was eine Volkspartei ausmacht. Es braucht die starke Stimme der Jungen Union in CDU und CSU. Vor anderthalb Jahren habt ihr mich zu eurem Vorsitzenden gewählt und ich habe euch damals versprochen, dass wir mehr Mitgliederbeteiligung und weniger Hinterzimmerpolitik betreiben werden. Dass wir mehr Klartext reden und weniger Honig um den Bart schmieren. Und dass wir eine junge Union sind und uns nicht spalten lassen. Das war und ist mein Anspruch, mit dem ich im März 2019 vor euch gestanden habe. Und das ist mein Versprechen, für das ihr mir das Vertrauen ausgesprochen habt. Wenn ich an unser mitgliederoffenes Europa-Camp mit Sebastian Kurz, an die Mitmachtouren quer durch Deutschland, die Deutschland hält Zusammenshow oder unseren Pitch mit den drei Kandidaten, bei dem am Ende Friedrich Merz das beste Ergebnis bekommen hat, denke, dann haben wir uns auch nicht durch eine Pandemie von mehr Mitmachen abbringen lassen. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich an den Klartext denke, dann haben wir ihn auch gesprochen, als auch Gegenwind zu erwarten war, sei es bei der Einführung des Digitalministeriums oder den vermasselten Corona-Hilfen für Studenten und Azubis, sei es bei der Einführung der Grundrente oder geplanter Zusammenarbeit mit Rechts- und Linkspopulisten, wir sind klar in unseren Aussagen. Und wenn ich mir anschaue, wie wir in Stadt und Land heute gemeinsam als Einkaufshelden unterwegs sind, um die Älteren zu unterstützen im Alltag, oder wie wir gemeinsam Wahlkampf gemacht haben bei unseren bundesweiten Unterstützertagen in Sachsen, Brandenburg, Thüringen oder in Hamburg, dann sind wir heute geschlossen wie selten zuvor und stehen als eine junge Union zusammen, die es gerade in der Partei, aber auch in unserer Gesellschaft momentan so sehr braucht, dass wir Zusammenhalt haben. Deshalb sehe ich, dass wir erste Schritte gegangen sind. Aber da geht noch mehr. Und deswegen sage ich, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die digitalste und innovativste Jugendorganisation in Europa sein, mit neuen Formaten, mit neuen Ideen eine Bewegung starten und als Einheit ins Superwahljahr 2021 gehen. Denn uns allen muss klar sein, es geht im nächsten Jahr um eine zentrale Frage. Gibt es ein rot-rot-grünes Bündnis oder eine unionsgeführte Bundesregierung für Deutschland? Niemand sollte sich in falscher Sicherheit wiegen. Ja, aktuell liegen wir 20 Prozent vor Sozialdemokraten und Grünen. Aber wenn Sie am 26. September auch nur eine einzige Stimme im Parlament Vorsprung haben werden, dann werden Sie zugreifen und sich Ihren Traum vom linken Disneyland erfüllen. Denn Sie wollen ein anderes Deutschland. Sie werden wie in Berlin Polizisten zu Freiwild erklären, wenn diese bei jeder Kontrolle des Drogendealers oder Clanmitgliedes erst einmal beweisen müssen, dass sie niemanden diskriminiert haben. Sie werden mit Ihrem bedingungslosen Grundeinkommen die erfolgreichen Arbeitsmarktreformen zurückdrehen, die unser Land so stark gemacht haben. Und Sie werden mit Ihrer Verbotsorgie übers Land ziehen. Denn kaum gibt es weniger Inlandsflüge in Deutschland, kümmern Sie sich neuerdings ums Biathlon-Verbot. Euer Ernst? Liebe Grüne, hört endlich auf mit eurer Weltverbesserer-Moralkäule. Wenn eure Agenda lautet, alles verbieten, was Spaß macht, dann lassen wir im nächsten Jahr gerne darüber abstimmen. Da bin ich mir sehr sicher, Robert Habeck, wird niemand mit euch in irgendeine Koalition gehen. Und auch wenn einige gerade versuchen, etwas moderat zu wirken, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Grünen ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat und zur Wissenschaft haben. Sie müssen sich entscheiden. Stehen Sie auf der Seite der Polizisten, die zu Hause Familie und Kinder haben? Oder schützen Sie die Hausbesetzer in Berlin? Oder diejenigen, die im Dannenröder Forst die Polizisten neuerdings mit herunterstürzenden Ästen oder Leuchtfeuerwaffen beschießen? Dann müssen Sie sich entscheiden. Und das Gleiche gilt übrigens im Bereich der Wissenschaft. Beim Thema Klima erzählen Sie uns berechtigterweise, dass wir auf die Wissenschaft hören sollen. Aber im Bereich der Landwirtschaftspolitik, da haben Sie das alles schon wieder vergessen. Da geht es dann wieder nur um Ideologie statt um Studien. Und deswegen sage ich, liebe Grüne, entscheidet euch endlich. Pippi Langstrumpf und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das gibt es hier nicht. Und da wundert es dann am Ende auch nicht mehr, wenn der linkeste Teil des Bündnisses dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, Loblieder auf Diktatoren singt, Reiche ins Arbeitslager schicken, Deutschland abschaffen und die NATO auflösen will. Diese Truppe von Kobold, Baerbock, Unrechtsstaaten, Ramelow, Spionageesken, Pendlerpauschalen, Habeck. Sie wollen ein anderes Deutschland und ein anderes Europa. Sorry, aber Rot-Rot-Grün ist so schlecht aufgestellt, da würde sich selbst Schalke 04 schämen, so eine Elf aufs Spielfeld zu schicken. Es wird im nächsten Jahr aber vor allem darum gehen, dass wir als Union ein besseres Politikangebot vorlegen, dass wir zeigen, wie wir dieses Jahrzehnt in Deutschland und in Europa gestalten wollen. Ich will, dass wir ein starkes Angebot machen, dass wir Liberalismus und Konservatismus vereinen. Deshalb heißt unser Ansatz für eine neue bürgerliche Politik moderner Konservatismus. Unser moderner Konservatismus setzt auf Eigenverantwortung und Subsidiarität. Denn das Leben beginnt nicht mit staatlicher Unterstützung. Wer sich nicht selbst helfen kann, den unterstützen wir, weil wir als Gemeinschaft solidarisch sind. Aber wir leben in einer Zeit, in der jeder so frei sein kann, sich so frei entfalten kann, wie nie zuvor. Wo wir frei entscheiden können, wo wir leben wollen, wie wir arbeiten wollen, wohin wir reisen wollen. Gleichzeitig glauben weite Teile der Gesellschaft, dass der Staat einem alle Risiken abnehmen kann. Dass der Staat sich um alles kümmern kann. Dabei zeigt uns doch gerade diese Pandemie, dass es eben keine Garantien gibt. Keine Garantien für unsere Freiheiten, aber eben auch keine Garantien, dass der Staat einem alles abnehmen kann. Wir machen uns jetzt mal ehrlich. Einen Nanny-Staat können wir uns gar nicht leisten und das wollen wir auch gar nicht. Liebe Freunde, wenn ich mir allerdings die Finanzpolitik der letzten Jahre so anschaue, dann gibt es heute leider keinen Anreiz mehr zum Sparen, weil es keine Zinsen mehr gibt. Und gleichzeitig scheinen beim Staat alle Dämme gebrochen zu sein. Wenn ein Bundesfinanzminister sich hinstellt und erklärt, es ist noch genug Geld da, sorry, aber dann hat er seinen Job verfehlt. Lieber Olaf Scholz, Sie werden sich nicht auf dem Rücken unserer Generation ins Kanzleramt kaufen. Was es wieder braucht, ist eine echte Ausgabendisziplin, ein starkes Bruttoinlandsprodukt und ein Weg raus aus dem strukturellen Defizit. Dafür sind Sie gewählt und nicht für Blankoschecks auf Kosten unserer Zukunft. Aber dass Sie es mit den Prüfungen nicht so genau meinen, das wissen wir ja nicht erst seit Wirecard. Und neben der Eigenverantwortung und der Subsidiarität setzt unser moderner Konservatismus auch auf Freiheit und Pluralismus. Denn wir stehen für eine offene Gesellschaft. Während die radikalen Rechten in unserem Land in ihrem Nationalismus und ihrem Rassismus meinen, Kulturen dürfen sich nicht mischen und wir müssten uns abschotten, stellen wir uns ihnen entgegen und sagen, wir sind die Generation Europa. Wir wollen andere Kulturen kennenlernen. Wir wollen neue Erfahrungen machen und wir wollen die Welt erkunden. Wer Querdenker in den Bundestag schleust, um Abgeordnete zu bedrängen oder wer selbst bei Demonstrationen Widerstand gegen den Staat leistet, der ist nicht konservativ, der ist ein Feind unserer Freiheit und unserer Demokratie. Und genauso gibt es die Linken in unserem Land. Die meinen, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet. Ob bei Klima, Migration, Fleischkonsum, Autofahren oder Gendersternchen. Man kann ja kaum zu irgendeinem dieser Themen überhaupt noch irgendwas sagen, ohne direkten Shitstorm von der einen oder von der anderen Seite zu ernten. Wer die Meinungsfreiheit in Frage stellt, stellt die Grundwerte der Demokratie in Frage. Das Überhöhen der eigenen Meinung führt zur Spaltung unserer Gesellschaft und hat in unseren Diskussionen nichts zu suchen. Überzeugt mit Argumenten, bringt Gegenargumente und wenn ihr keine habt, dann seid ihr fehl am Platz. Wir wollen eine pluralistische Gesellschaft, die harte Debatten um die besten Lösungen führt. Politik lebt vom Diskurs, nicht vom Empörungszirkus. Aber wir müssen uns auch ab und zu selbst hinterfragen, wenn wir Debatten führen. Wenn ich zum Beispiel an die Diskussionen rund ums Thema Extremismus im letzten Jahr denke, haben wir dort Nachholbedarf. Wir haben uns nicht erst durch Halle und Hanau vor Augen führen lassen, dass der Rechtsradikalismus die größte Herausforderung in Deutschland ist. Wenn wir allerdings über rechtsextreme Taten sprechen, höre ich häufig, auch aus unseren Reihen, ja, aber es gibt auch noch den Linksextremismus. Und ich sage nein, wir werden diese Taten nicht relativieren. Wir brauchen diesen Reflex gar nicht. Wenn ein Nazi Gewalttaten begeht, dann werden wir es so bezeichnen als das, was es ist, rechtsextremer Terror. Wenn ein Autonomer Taten begeht, dann werden wir es bezeichnen als das, was es ist, linksextremer Terror. Und wenn ein IS-Sympathisant Anschläge begeht, dann werden wir es bezeichnen als das, was es ist, islamistischer Terror. Denn diese Extremisten haben alle eines gemeinsam. Sie sind menschenverachtend, weil wer die Freiheit des Gegenübers nicht achtet, der gehört in unserem Land geächtet. Und unser moderner Konservatismus setzt auf Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Denn Humanität und Ordnung gehen nur miteinander. Ja, wir haben eine humanitäre Aufgabe. Anders als die AfD meint, lässt man nämlich Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken. Menschenleben gehört gerettet. Denn diejenigen, die vor Krieg, Vertreibung und anderen Gräueltaten fliehen, haben unseren Schutz verdient. Doch es ist eine europäische Schutzaufgabe. Und deshalb wollen wir, dass die EU-betriebenen Aufnahmezentren an der Außengrenze schnellstmöglich errichtet werden. Wir wollen, dass dort eine Asylvorprüfung erfolgt, um zu entscheiden, wer wirklich schutzbedürftig ist. Und genauso wollen wir auf der anderen Seite eben auch denjenigen eine Perspektive bieten, die anpacken wollen, die sich einbringen wollen in unserem Land. Deshalb brauchen wir ein echtes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was seinen Namen auch verdient hat. Immer noch bauen wir viel zu viele hohe bürokratische Hürden auf, die den Zuzug von echten Fachkräften bremsen. Das können wir uns einfach nicht mehr erlauben. Und deswegen sage ich, wir brauchen mehr Leute, die anpacken wollen und weniger Leute, die Anträge stellen wollen. Das muss auch eine klare Marschroute unsererseits sein. Und zu Humanität und Rechtsstaat gehört es am Ende auch, dass leider die Sprache in den sozialen Medien zunehmend verrohrt. Wenn Meinungsäußerungen immer häufiger in Beleidigungen und Beschimpfungen ausarten, betrifft das nicht nur Politiker, sondern insbesondere auch Frauen. Wenn Frauen im Netz wegen ihrem Aussehen oder ihrem Geschlecht beleidigt oder digital ihnen Gewalt angedroht wird, dann darf uns das keine Ruhe lassen. Wir wollen selbstbewusste Frauen. Wir wollen ein Klima schaffen, das die Betroffenen unterstützt, dass jungen Frauen hilft und dass sie sich zur Wehr setzen. Und deswegen sage ich, wer gegen Frauen im Netz hatet, den lassen wir nicht einfach so davon kommen. Aber als moderne Konservative sprechen wir auch über die Grenzen des Staates. Und wenn jetzt in einem EU-Ministerrat eine Backdoor für Messenger-Dienste eingerichtet und ein Generalschlüssel für Kommunikationsdienste wie WhatsApp an alle Ermittlungsbehörden weitergegeben werden soll, dann setzen wir ein Stoppschild. Es sollen also alle Ermittlungsbehörden in meinen Gruppen mitlesen können? Nein. Glaubt ihr denn wirklich, dass dieser Generalschlüssel nicht auch in die Hände von Kriminellen gelangen kann? Nein. Begreift endlich, wenn wir unsere Freiheit so weit einschränken, dann haben die Terroristen ihr Ziel erreicht. Die CDU darf sich nicht auf den Weg machen, einen neuen Artikel 13 zu schaffen. Diesen Fehler werden wir kein zweites Mal zulassen. Und unser moderner Konservatismus setzt auf Heimat und Hightech. Ja? Die Fridays-for-Future-Bewegung hat uns sensibilisiert, mehr zu tun für den Klimaschutz. Heute bestreitet keiner mehr die Notwendigkeit. Aber es geht um die Frage des Wies. Wir wollen eine Innovationsagenda und andere wollen eine Verbotsagenda. Und während die Linken glauben, dass der Soziologe im Ministerium die Innovationen fördert, wissen wir, dass es die Ingenieurin aus dem Sauerland oder der Maschinenbauer aus Cottbus ist, die die Warentreiber für die neuesten Produkte und Dienstleistungen sind. Wir müssen endlich wieder klar machen, dass am Ende nicht der Staat die Wirtschaft transformiert, sondern es sind die engagierten Unternehmer, die fleißigen Gründer und die hart arbeitenden Mitarbeiter. Der Staat muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen, aber mit den richtigen Regeln ist die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, allen anderen Systemen überlegen. Und während die einen im Internet das Internet schon über Satelliten anbieten, wollen die anderen die Städte in 3D ausmessen für den Drohneneinsatz, stellen wir in Deutschland Projekte fürs autonome Fahren ein. Deshalb sage ich, wir müssen endlich die Bremsklötze lösen. Ein zu rigider Datenschutz und zu wenig Innovationen in Bildung sind Gift für unsere Zukunft. Denn wir haben die klugen Köpfe. Wir wollen international wettbewerbsfähig sein und wir wollen lernen. In unserer Generation gibt es einen großen Wunsch nach strukturierter Weiterbildung, um bei den Innovationen und Neuerungen am Ball zu bleiben. Aber hier sind am Ende alle Generationen gefragt. Da wir immer später in die Rente gehen, müssen wir alle länger am Ball bleiben. Und leider heißt es mir da noch häufig zu oft, muss ich dieses Programm denn wirklich noch lernen? Ich gehe doch schon in ein paar Jahren. Nein, wir müssen jetzt alle mithelfen. Und die Grundlage dafür legen wir in unseren Schulen. Und deswegen machen wir heute auch mit unserem Leitantrag ein klares Angebot, dass wir mehr tun müssen für die digitale Bildung, um vorbereitet zu sein auf die Zukunft. Aber bei allen technischen Neuerungen und Innovationen erleben wir auch jeder von uns, dass jeder eine Heimat braucht, eine Kraftquelle von Familie, Freunden und Heimatregion. Und deshalb gehen für uns Heimat und Hightech nur zusammen. Und unser moderner Konservatismus setzt abschließend auch auf Zusammenhalt und Weltoffenheit. Denn eine Gemeinschaft ist nur dann stark, wenn sie zusammenhält. Nur dann kann sie auch ein starker Player in der Welt sein. In diesem Jahrzehnt geht es mehr denn je um den Zusammenhalt Europas und mit unseren Partnern. Nur ein Europa, das gemeinsam zusammenhält, wird auch in der Welt gehört werden. Wir wollen ein starkes Europa und eine kraftvolle transatlantische Partnerschaft, wie es Annegret vorhin auch gesagt hat. Dafür brauchen wir mit dem neuen Präsidenten Joe Biden einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen, was auch Klimaschutzmaßnahmen umfasst. Denn Handel wird durch Freiheit und durch Top-Produkte, nicht aber durch Protektionismus und Plagiate befördert. Ja, liebe Freunde, in den letzten Jahrzehnten haben wir viel und mit Leidenschaft uns dafür eingesetzt, den Zusammenhalt zwischen Ost und West zu schaffen. Und wir haben viel erreicht. Und mit der gleichen Leidenschaft setzen wir uns momentan dafür ein, dass wir die städtischen Bereiche und die ländlichen Räume zusammenhalten und dass wir Minderheiten besser mitnehmen und ich halte das für richtig. Aber es geht auch noch um eine andere Frage des Zusammenhalts, nämlich die zwischen Jung und Alt. Denn während die einen sagen, die Jugend wird immer dümmer, fauler und dreister und die anderen sagen, ihr klaut uns unsere Zukunft, sagen wir, nein. Der Großteil unserer Generation ist sehr verantwortungsbewusst und das zeigen wir genau jetzt. Wir gehen für andere einkaufen, wir bleiben für euch zu Hause, um euch und uns alle zu schützen. Und wir wissen das, obwohl wir weniger schwere Krankheitsverläufe in unserer Generation haben, tun wir dies, um die Älteren zu schützen. Weil mir persönlich das Leben meiner beiden Omas, die über 90 sind, sehr, sehr viel wert ist. Und dafür sind wir auch bereit, auf Wohlstand zu verzichten. Weil wir wollen, dass dieses Land zusammenhält und weil genau dieser Zusammenhalt eine lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft ausmacht. Aber wir erwarten eben auch, dass das gesehen wird, dass wir uns gerade als Generation immens einschränken, wie sehr, sehr wenige vorher in den letzten 50 Jahren. Und wenn das nächste Mal über Pflegereformen, über neue Rentenleistungen, in diesem Jahrzehnt der Babyboomer diskutiert wird, dann kann es nicht sein, dass jede fordernde Äußerung in Richtung der älteren Generation direkt eine riesige Empörung auslöst. Fairness ist am Ende, keine Einbahnstraße. Liebe Freunde, unser moderner oder auch Sneaker-Konservatismus hat einen klaren Kompass, er hat eine klare Haltung und er hat eine klare Meinung. Damit wollen wir in der Union echte Debatten führen, statt immer und immer wieder nur den Kompromiss zu verkaufen oder anderen hinterherzulaufen. Wir wollen in diesen Wahlkampf gehen mit einem klaren inhaltlichen Angebot, mit neuen digitalen Formaten und mit einer eigenen Motivationskampagne. Wir wollen nach 16 erfolgreichen Jahren Angela Merkel den Generationswechsel, den Generationswechsel in den Köpfen und den Generationswechsel in den Parlamenten. Ich habe euch am Tag meiner Wahl auch versprochen, dass ich ein Bundesvorsitzender vor Ort sein werde. Und deshalb habe ich in den letzten 20 Monaten viele von euch besucht. Vom Allgäu bis nach Nordfriesland, von Passau bis nach Rendsburg, von Rheine bis nach Görlitz, von Saarbrücken bis nach Schwerin. Ich will diese Tour schon ganz bald fortsetzen. Ich will, dass wir gemeinsam coole Aktionen starten, dass wir starke Diskussionen führen und zugegeben auch ein paar Hammer-Partys feiern. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Auch wenn der Wind mal von vorne bläst, sind wir standhaft, weil wir sind ein Team. Wir halten zusammen und schalten heute den Zukunftsmodus an. Wir halten zusammen. ed